Das Romana Villa liegt in Agrigento in Sizilien und Liparische. Das Romana Villa ist beliebt unter den Gästen. 80% empfehlen das Hotel weiter. Fünf Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur fünf Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,9 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer. Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,6 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,2 von 6 Sonnen. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 3,9 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 3,8 von 6 Sonnen wert. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.